hier haben wir sozusagen eine haue und das ist sozusagen das britische infanterie tool wenn die kamera ein bisschen schärfer macht wie gesagt ist mein lieblingswerkzeug was ich im garter benutze und mit dem habe ich eigentlich schon einige sache gemacht ziemlich brachiales teil ist von 1914 drauf in den emblemen und ich muss grundsätzlich sagen ich bin auch nicht zufrieden mit dem ist irgendwie so eine art zinkstahllegierung also es tut immer so die graue patina bilden was ich hier mit dem daumen zeigt und generell wenn es abgetragen ist dann ist wieder so leicht soll man sagen ist metallisch silbern sieht man jetzt gerade wieder ein bisschen spiegeln vorne und grundsätzlich bin ich echt zufrieden und finde das ding cool was auch noch cool ist man kann es komplett auseinander nehmen es ist ein schnuckeliges ding sage ich immer eigentlich fällt noch der dorn aber dann habe ich jetzt einmal weggelassen und wenn man es genau sieht kommt man schon ein bisschen drauf und ich halte schon ordentlich alt das teil hatte einschlagung jetzt mit dem handy das alles jetzt ein bisschen aufzunehmen ist ein bisschen blöd aber trotzdem was will man machen ist halt so ja viel hat man damit schon geschafft und mit dem schaffst du einfach halt ein bisschen besser die richtige haue also wirklich brachiales teil habe ungefähr für 40 euro mal geschossen ich habe es dann ein bisschen mit ballestol oder bis eingefettet kann man sagen oder eingesprüht und ich bin ziemlich zufrieden mit dem teil und ich denke mal was ich die engländer dabei gedacht habe so eine riesengroße haue zu machen ist auf jeden fall weil wenn sie jetzt rumdrehen und jetzt so schlage durch hast du eine unheimliche wucht und haue damit unkraut zum beispiel riesengroße distel von 50 cm mit einem schlag nur raus wenn zum beispiel irgendwo im hang bist oder sowas ähnliches das ding ist einfach brachial und ich bin ein es ist sind man kriegt sie noch häufig aber wie haben wir so wie heißt es so schön diese form als ersatz gibt es fast gar nicht mehr und grundsätzlich muss ich halt sagen das ist so geil geschmiedet und da steht wirklich 1914 drauf und macht euch schon irgendwo ein bisschen stolz so ein werkzeug noch benutzen zu können und klar es fällt jetzt zum beispiel der untere dorn aber das ist jetzt mal egal aber damit im garten oder generell in der weinberge zu schaffen ich habe ja weinbau gelernt dann bin ich danach als quereinsteiger habe den beruf nur gelernt weil mich das nur interessiert aber danach bin ich im landschaftsgartenbau rumgehopst aber grundsätzlich muss ich sagen mit dem das hat mich nie hängen lassen das war immer super selbst beim beim pflastern steine raus lupfen einfach unterhebeln sagt das hat alles mitgemacht also es ist echt schon verwunderlich dass man 100 jahres altes werkzeug noch voll nutzen kann aber da sieht man halt gewisse qualität gewisse pflege und ein gewisses sorgfaltiges zusammenarbeiten zwischen dass mir nichts passiert beim schlag oder wenn ich es benutze oder beim arbeiten dass sie sich irgendwo kratzen oder dass sie achs bricht oder sonstwas oder der stil bricht das sind so gewisse drei dinge wo du sagen kannst die punkte muss beachten und das hat dann schon einen geilen nutzen so was will ich jetzt noch dazu sagen also ich nutze es weiterhin und ich bin auch froh darüber wenn ich es irgendwann mal vererben kann bin ich froh darüber und das ist dann macht mich dann irgendwo dann auch wieder ein bisschen stolz es tut es noch einmal so ein bisschen spiegeln ob es mal ob die kameras einfangen kann nein kann es nicht so ganz aber ich finde das ding einfach so wie sie ist einfach ziemlich cool so damit beende ich es und wünsche euch noch einen schönen tag